Wir erfassen die Welt mit unseren Augen. Damit dies zu jeder Zeit ungetrübt möglich ist, braucht man einen Augenoptiker, dem man vertraut, um sich im optischen wie im modischen Bereich optimal beraten zu lassen. Hallo, ich stelle euch heute mal die ganz neue Brillenkollektion vor von der Firma Rolf. Die sind Holzbrillen aus Tirol, die sind komplett schraubenlos, also die ganze Brille besteht nur aus Holz, das Scharnier ist schraubenlos, sehr sehr gut tragbar und ist eine heimische Firma, eine einheimische Firma und schaut einfach vorbei. Sie ist wirklich ein ganz tolles Accessoire, das man jetzt zu Tracht tragen kann oder auch zu moderner Kleidung. Es passt immer und schaut es euch einfach an und probiert es. Und das zweite Modell, was ich euch vorstellen möchte, was wir jetzt auch ganz neu im Programm aufgenommen haben, das ist die Lucas De Steel Brille, eine französische Firma. Diese Brille besteht aus Metall, es ist ein Materialmix aus Metall, aus Schieferstein und aus Echtleder. Und es ist jetzt wirklich einmal was Topmodisches, was überall passt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist eine Allroundbrille, also eine Steinbrille, könnt ihr jederzeit tragen. Für Ihre perfekte Optik sorgt mit Topmarken, absolutem Know-how und auf Sie zugeschnittene Beratung Ihr Team von Optik-Tiebe in Schladming.